Super Stimmung, im Flügel ist es dunkel und auch draussen ist es dunkel, super Stimmung, man sieht recht gut Bangkok, Thailand, 4 Millionen City, Landing auf dem Suwama Pumi Airport Bangkok. Hier sieht man den Flügel bereits auch schon sechs Minuten, sechs Minuten. Wir haben noch 1262 Meter, eine Reisegeschwindigkeit von 485 km pro Stunde. Wunderschön Thailand, Bangkok, wunderschöne City, guten Tag Thailand, vollste Konzentration im Pilot. Wir haben eine gute Atme geleistet, über 12 Stunden. Nur noch 990 Meter Höhe, 457 km pro Stunde. Das ist schon mein erster Schissstätter und fährt von oben, von Bangkok. Noch mal eine Kurve. Richtiges Leuchtermeer. 655 Meter. Kommen wir nun an einer Seite, wir landen in wenigen Sekunden. Nun hat der Drehli auch ausgefahren. Nun haben wir 25 Grad Celsius. Nun sollte irgendwo unser Onkel Peter runter, der jetzt sicher schon am Airport in Suwama Pumi Airport Bangkok gefahren ist. digitale Nuller Drehlich, über 1970 Meter, über España. Die Sendung schon mal ein paar Stunden. Nur die Sendung. Drehlich. 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 So ein wenig Augenblick sind wir am Boden zu Thailand! Wunderschön! Welcome! Und das wäre noch unser Flughafen, so am Premier Board Bangkok. Hello! Happy Landing in Bangkok, Thailand! Hello! Hello! Sare de Kapp! Das war die Lande in Bangkok, Thailand! Hello! Good morning! 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 Good morning!